macht meine mutter noch ein einziges ball älger mit mir finde ich so wieder nichts dann mache ich sowas von ihr hackfleisch aus ihr ja ja Das ist so ein scheiß verfluchtes Handy, was ich sah. Das A53 für G-Handy ist scheiße, was ich sah. Scheiß Handy, ich will ein neues Handy haben. Ich will mir jetzt ein neues Handy kaufen, weil das Handy war nur verschwommene Aufnahmen. Das schmeiß ich weg in der Tonne. Das ist so ein neues Handy. Ich will das Handy nicht mehr haben, das A535G. Das ist so scheiße. Das ist so ein scheiß Handy. Das soll gut sein, dass ich nicht lache. Das Handy ist nicht mehr ins Fehlenswert, das A535G. Das ist nicht mehr ins Fehlenswert. Das Handy kann man eine Tonne kloppen. Echt? Ich wünsche mir lieber ein anderes Handy. Ein anderes Handy wünsche ich mir lieber. Ich will dieses A535G nicht mehr haben. Ichctors ak Vielen Dank. Mein Single Leben fand ich viel besser, echt, als nur scheiß Pärchenleben. Vielen Dank.